Tag 5 unserer Reise mit AIDA Perla. Man glaubt es kaum, aber es regnet mal wieder. Ja, wir sind heute nicht in Amsterdam, sondern in Rotterdam. Und was man hier alles von der Stadt sehen kann, auch bei Regen, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.